Herzlich Willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Potion Permit. Ja, wir sind gerade aufgewacht und es hat nicht getutet, das heißt wir haben keinen weiteren Patienten zu behandeln und können voller Tatendrang direkt wieder an unsere Arbeit gehen und das karge Ödland weiter untersuchen und Sachen finden und so weiter. Das müssen wir ja machen. Ähm, wir haben ja noch ein paar Aufträge. Wir brauchen noch einen Monolith, damit wir endlich den anderes verbessern lassen können. Wir sollen für U nach irgendeinem schwarzen Lotus suchen und so weiter und so fort. Ähm, ja. Und es ist 7 Uhr. Wann macht denn der Bauernhof auf? Warte mal. Ich würde gerne vielleicht doch mal gucken, ob wir das ein oder andere mal einkaufen könnten. Ähm, um auch vielleicht mal was Schönes zu kochen. Zeig mal. Ah, kann ich schon was im Shop kaufen? Ah ja. Gut, das ist doch nicht schlecht. Ähm, ich hätte gern mal zwei Eier. Ähm, Apfel. Oh, zwei mit. Milch nehmen wir mal zwei mit. Mais haben wir genug. So. Zartes Fleisch können wir mal viel mitnehmen. Ja, Knoblauch finden wir gerade selber. Und Mais hatten wir ja eh. Gut. Okay, dann haben wir ja alles. So. Kriegt heute unser Hund mal was ganz was für eines, wenn er nachher Hunger hat. Äh, erst nochmal zurück nach Hause gucken, ob ich mit den Sachen was kochen kann. Ähm, vielleicht doch keine so schlechte Idee. Ähm, bevor wir uns da aufmachen. Ich meine, gut, heute hat das Badehaus wieder offen. Aber man weiß ja nie, ne? Wir sollten mal schauen. Haben wir denn irgendwas, was wir kochen können? Ähm, das hier? Ne, da fehlt uns wahrscheinlich weißes Fleisch. Habe ich vielleicht gerade kein weißes Fleisch? Das wäre jetzt das einzigste, wo ich mir vorstellen könnte, was hier fehlt. Mh, ja, davon haben wir. Also da können wir mal zwei von machen. Äh, nochmal zwei. Von dem Pilztopf. Klößchen, Hackklößchen, Bällchen, was auch immer. Haha, Fleischklößchen, genau. Hackklößchen, Bällchen, was auch immer. So, was haben wir denn noch? Ähm, ne Pilzsuppe. Ja, ach komm. Da können wir auch mal so drei Stück von machen. Pilz haben wir eigentlich immer ganz gut. Und alles, was man mal essen kann, ist nicht verkehrt, ne? Wir haben ja gesehen, wie man das im Gebiet in dem Neuen gebrauchen kann. Da ist ja echt... Oh, guckt euch das an. Ah, ich hätte mehr Apfel kaufen sollen. Haha, ich mache mir direkt zwei Stück, komm. Dann ist der Apfel zwar weg, aber egal. Dieser gemischte Salat ist, wenn ich mich richtig erinnere, was absolut genial ist. Ich brauche mehr Äpfel. Hält mir gerade einen. Ja, doch, absolut. Äh, was haben wir sonst noch? Milchshake? Hm, na, muss nicht sein, oder? Ah ja, komm, einen können wir ruhig machen. Einen können wir mal machen. Ist okay. Alles, was wir haben, ist gut. So, fein. Hm, noch irgendwas Interessantes? Ne, und dann sind wir durch, okay. Na gut, aber wir haben immerhin das ein oder andere Hammer vorbereitet. Verhungern werden wir jetzt nicht. Okay, dann Abmarsch. Äh, wo will ich denn hin? Wir hatten ja extra noch, ich hatte, beziehungsweise ich hatte noch extra hier, äh, das den, äh, Mittelpunkt des kargen Ödlandes, äh, freigeschaltet. Gibt's sonst noch was? Ne, mehr gibt's dann auch gar nicht freizuschalten. Das waren dann wieder die zwei Punkte, wo man hinreisen kann. Wir fangen jetzt mal hier an. Und gucken mal dann Richtung hoch. Äh, waha! Gott, ne. Was bist denn du für einer? Oh, du bist aber, aua, aua, bist du schwer. Ja, oder kann ich dich mit dem Hammer vielleicht besser killen? Oh, geh weg. Äh, äh. Boah, der will aber nicht. Ähm, warte mal. Ich glaub, den muss ich mit der Axt bearbeiten, den Typ da hier. Komm, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Autsch. Oh, geschafft. Ui! Saftiges Fleisch und dunkler Kristall. Das hat sich aber mal gelohnt, oder? Dich lass ich grad in Ruhe. Dich will ich ja gar nicht. Aber hier, guck mal, das hab ich nämlich das letzte Mal schon gesehen. Gibt's wieder was zum Sammeln. So. Experiment im kargen Ödland, Tag 21. Schade, das ist Seite 3 von 5. Ich zweifel. Wir haben heute ein unerwartetes Ergebnis erzielt. Anscheinend speist das schmutzige Wasser in der Höhle, die uns als Experimentierraum dient, die Aloe. Äh? Okay. Die Gesundheit der Aloe verschlechtert sich mit steigendem Verschmutzungsgrad des Wassers. Macht Sinn. Wir haben einige Tests durchgeführt, ob die Aloe vielleicht mit einer anderen Wasserquelle überleben könnte, aber wir hatten damit keinen Erfolg. Ganz offensichtlich kann sie nur mit diesem Wasser gedeihen. Möglicherweise ist dieser Fall ernster als wir erwartet haben. Oh. Okay. Ja. Ne? Also da fehlt dann noch. Und wie gesagt, die zweite Seite fehlt auch noch. Aber interessant. 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 Wir haben was von der Aloe schon mal gehört jetzt. Ne? Sie muss hier auch irgendwo sein. Hm. Sehr, sehr, sehr. Na gut. Okay. Mal gucken. Dann wollen wir mal hier weitermachen. Das war ja eben... Was war denn das für ein Viech, eh? Muss ich mal gucken. Was ist das hier für eine komische Maschine? Hm. Also die haben hier echt gebaut. Was ist da? Das ist ein Zeichen auf dem Button. Hat das was zu bedeuten? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Na gut. Ach, wir brauchen ja noch Monolithen. Genau. Stimmt. Ähm. Und ich möchte grad mal schnell gucken. Wo wir schon hier sind. Ähm. Da, 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 da. Was haben wir jetzt wieder Neues eingesammelt? Ähm. Ne, ne, ne. Da wünschte ich mir manchmal... Ich hätte ne Ahnung. Geschmackloser Eisen, Erz, Nacket, Panzer. Was war denn das eben? Ähm. 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 Leuchtender Kristall. Das hatten wir das letzte Mal. Hier... Ne, meist Monolith. Haben wir auch schon gehabt. Die Qualitätsnuss. Würde sie beschmetten lassen. Dunkler Kristall. Ah, ja. Hier. Da ist er. Dieser einzigartige Stein strahlt Dunkelheit aus. Manche glauben, er wird dunkle Energie in sich tragen. Aha. Okay, ja gut. Ähm. Und das Viehzeug, das das hergibt? Ähm. Oh Gott, ich kann mir die Namen eh nicht merken. Ich zeig euch das immer gerne mal, weil es gibt Leute, die mögen das, zu wissen, wie die ganzen Tiere so heißen. Hier. Das ist übrigens das Großhorn, von dem wir auch das große Horn haben. Riesige, uralte Kreaturen, berühmt für ihre Hörner. Eigentlich sind sie friedlich, aber bei einer Provokation reagieren sie aggressiv. Ist ja auch logisch. Einige Koblen-Stämme verehren dieses Tier als einen ihrer Götter und Beschützer. Die hatten wir schon. Äh. Das ist jetzt das eine, was wir hatten. Genau. Die Koblen-Spezies. Ja, das hatten wir schon. Und das ist jetzt der Koblen-General. Ah. Ein Koblen-General war das. Diese gefürchteten Koblen sind die dominanten Mitglieder ihres Stammes. Ihre Ausdauer ist gut und sie sind stark, sodass sie länger weiterkämpfen können. Ja, das habe ich gemerkt. Hm. Okay, gut. Dann sind wir wieder auf dem Laufenden, was es hier so alles gibt. Hm. Und gehen jetzt mal in die Richtung hier. Ah, hier noch ein paar Sachen. Ne. Wir müssen ja noch ein paar Sachen suchen. Ähm. Bäh. Bäh. Ach gut. Ah ja. Hier ist wieder eine Blume. Sehr gut. Die Blümchen will ich nämlich auch immer einsammeln. Und wir brauchen, wie gesagt, die Monolithen. Ich suche Monolithen. Lala. Ich möchte nämlich den Amboss endlich machen können. Wobei ich der Meinung bin, da wird wahrscheinlich noch das ein oder andere dann wieder an Dings fehlen. Ah. Jetzt. Unser Hund hat Hunger. Hm. Komm mal her. Schnuvi. Ich habe was für dich. Was ganz was Feines heute. Und zwar. Wo ist es? Ja. Saftiges Fleisch. Saftiges Fleisch. Bitteschön. Oh. Guckt euch das Herzchen an. Haben wir schon mal ein Herzchen von dir gekriegt? Ähm. Ich glaube. Kann ich dich? Warte mal. Wenn ich dich jetzt rufe. Ähm. Schnuvi. Kann ich jetzt was gucken? Ne. Du hast schon. Ja. Okay. Du bist grad nicht hungrig. Ich dachte ja vielleicht zeigt er uns da jetzt was gefunden was uns sehr sehr gut schmeckt oder so. Naja. Gut. Egal. Uah. Anstatt hier rumzulabern sollte ich mich mal ein bisschen schneller ans Absäbeln der Sachen machen. Warte. Warte. Wie geht's nicht lang? Äh. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will doch gar nichts von dir. Ich will doch nur ein paar Blümchen einsammeln. Und hier sowas. Ha. Das war schon mal der letzte Stechapfel. Da ist Knobi. Und dann ist hier vielleicht ähm ein Monolith dabei. Ich weiß gar nicht ob die anders aussehen die Steine die ich hier klopf als die Steine die ich grad suche. Ah. Egal. Na komm. Ich will nix. Da ist dieses komische Pluszeichen drüber. Lass mich mal ganz schnell an dir vorbei. Ich will ja nix von dir. Und von dir will ich auch grad nix. Ah. Hier will ich was. Hm. Das ist gut. So. Und da ist wieder so ein Hackeball-Steinchen. War nicht hier irgendwo ein Monolith drunter? Ah. Nee. Gold. Na Gott. Dann ist er hier drunter. Da ist er schon wieder so. Aua. Autsch. Hört doch mal auf mich abzuputzeln. Da. Monolith. Da ist er. Und du kriegst jetzt auch was auf die F... So. Hm. So. Gut. Wir haben unseren Monolith. Wir gehen hier raus. Hm. Du kannst mich mal. Ah. So. Wo wollen wir hin? Ähm. 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 Wir müssen zur... Dings. Okay. Äh. Könnten wir eigentlich von hier laufen? Ne. Wir können auch hier. Gehen wir da hin. Hm. So. Ich bin fix in alle, ey. Das Zeug macht mich fertig. Haha. Hallo. Kinders. Hier bin ich. Okay. Hm. Gut. Wie viel Uhr haben wir denn? Äh. 13.40. Na gut. Sollte doch vielleicht klappen. Oh. Es gibt ja neue Sachen am Schwarzen Bett. Sehr schön. Aber erstmal will ich jetzt hier hinein. Das ist mega wichtig. Die Tür ist verschlossen. 10 bis 18 Uhr. Freitags geschlossen. Ihr könnt mich mal. Ja. Warum? Warum tut ihr mir das an, ey? Na gut. Dann lasst uns mal gucken, was es hier zu sehen gibt. Ui. Helenes Geschichte. Während deines Dienstes musst du alle Türen des Rathauses überprüfen. Achso. Lieber Dean. Äh. Hier. Da. Ich sollte vorher oben anfangen, ne? Also. Lieber Dean. Während deines Dienstes musst du alle Türen des Rathauses darauf überprüfen, dass sie abgeschlossen sind. Eine genaue Liste deiner Aufgaben sowie die Schlüssel findest du im Polizeirevier. Osman. Äh. Dienstag bis Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Okay. Okay. Puh. Interessant. Mehr ist es nicht. Hm. Okay, okay, okay. Äh. Was könnte ich denn jetzt sonst noch machen, Leute? Nimm, 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 nimm. Was könnte man denn machen? Was könnte man denn machen? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Äh. Warte mal. Aha. Ich weiß, was wir machen könnten. Lalalala. Ist auch da einer. Hey. Hallo. Marielle. Wie geht's dir? Ich habe letztens viel zu viele Kekse gebacken. Ich hoffe, dass Maya und Rosi alle schaffen. Ja, das werden die schon. Sag mal, ich hab dir noch kein, äh, Ding gegeben. Ähm, warte. Hier. Das müssen wir mal machen. Hier. Das. Genau. Dieser Text. Tee wird zu meinen Keksen passen. Danke. Ja, bitte. Es wird auch Zeit, dass wir uns mal ein bisschen näher kennenlernen, ne? So. Hm. Hm. Was gibt's denn hier alles? Wir sollten ja mal einen Blick auf die neue Lieferungs-Dingsbums hier werfen. Hm. Jasmin. Okay. Könnten wir haben. Mutterkraut könnten wir haben. Orchidee könnten wir haben. Hier die Leckerei, ne? Das ist immer das, was ich nicht hab. Hier rosa Fleisch. Aber wir machen mal nochmal. Ja, so war das Jasmin, Mutterkraut und Orchidee. Ich guck grad mal schnell in meine Kiste. Hm. Bevor ich irgendwas annehme, was ich eh nicht hab. Jasmin. Wo ist denn jetzt wieder mal Jasmin? Kann ich nicht. Mein Zeug hier. Mutterkraut. Jasmin. Orchidee. Äh, wie viele habe ich da? 27. Die können wir auf jeden Fall mal machen. Okay. Ähm. Ne, 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 ne. Irritte. Hier geht's weiter. Ähm. Ringelblume. Mutterkraut. Hab ich auch. Okay. Und wo ist jetzt... Ähm. B-b-b-b-b. Ne, ich suche Lavend... Äh. Wie hieß das? Jasmin. Ach, Jasmin ist doch das Weiße, glaub ich. Wieder, oder? Haben wir keinen Jasmin mehr? Äh. Wie hieß das? Ach, Jasmin ist doch das Weiße, glaub ich. Wieder, oder? Haben wir keinen Jasmin mehr? Äh. Äh. Zirikum. Zitronenmelisse. Ich glaube, ich habe zur Zeit keinen Jasmin. Hm. Also Orchidee haben wir. Rose haben wir. Äh. 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 Mutterkraut haben wir. Blume. Jasmin, da haben wir es doch. Äh. Hätte mich jetzt aber auch gewundert irgendwie. Also, dann können wir ja das annehmen. Und das annehmen. Und das annehmen. Und das annehmen. Und dann nehmen wir auch das noch an. Und dann sollten wir doch ordentlich... Ordentlich Geld kriegen wenigstens. Na du? Wie geht's? Gibt es in letzter Zeit Neuigkeiten in der Stadt? Weiß ich nicht. Bin doch so wie nie in der Stadt. Ja, du auch nicht, ne? Achso, die Arcadehalle. Ja, da habe ich mich dran ausgetubt. Hab den Rekord gebrochen. Hahaha. Wir müssen mal gegeneinander spielen. So, jetzt lasst uns aber erstmal hier an der Dings gehen. Ein bisschen was abgeben. Genau. Juhu. Wir brauchen ja auch Geld. Das ist ja alles kein Ding. So, und next one. Äh, Mutterkraut. Jawoll. Mhm. Und das nächste. Orchidee. Jawoll. Haben wir auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aha. Und nochmal was. Ja. Gut. Alles erledigt. Jo, guck mal. Wir haben fast 3000 Geld wieder. Das hat sich doch dann gelohnt. Äh, wie viel Uhr ist denn? Ähm. So, warte mal. Dann könnten wir ja nochmal, äh, gehen. Ähm. Dann. Jam, 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 jam. Würde ich sagen, gehe ich nochmal ein Bad nehmen. Warum denn nicht? Ich meine, das geht schon wieder auf den Abend zu, ne? Wir haben nichts besseres zu tun gerade. Wir können eh nichts abgeben. Also gehen wir baden. Habe ich, habe ich wenigstens was davon und kann hinterher noch ein bisschen nach Zeug suchen. Ach, guck mal. Cassandra hatte auch Lust auf dem Bad. Die anderen erkenne ich gerade so nicht. Ähm. Könnte das eine Marielle gewesen sein? Oder, oder Martha könnte das vielleicht auch gewesen sein. Ich weiß es immer nicht. Ich kann die Leute im Bad nicht unterscheiden. Ganz ehrlich. So. Geht's euch ansonsten gut, ihr Lieben? Ich möchte mich für immer auf dieser Insel... Ich möchte nicht für immer auf dieser Insel eingesperrt bleiben. Leider muss ich bezweifeln, dass ich meine Verantwortung jemals loswerde. Oh Gott, du Arme. Äh. Okay. Und du? Können meine Angstzustände wiederkommen? Ja. Das hatten wir auch schon mal. Das ist okay. Kann ja auch nichts mehr. Genau. Ja. Okay. Tschüssi. So. Und wir machen direkt den Abstecher wieder nach unten. Hm. Und fangen hier oben wieder an. Nee. Und sammeln noch ein bisschen Zeugs ein. Ne? Weil das ja sein muss. Hm. Hilft ja alles nix. Wir brauchen Material. Auch wieder für die Schmiede und für die Verbesserung der Sachen. Ist ziemlich egal wofür. Wir brauchen einfach Material. Da komm ich ja nicht dran vorbei. Ob ich das jetzt will oder nicht, ne? Ah. Hey, wieso hast du mich jetzt angegriffen, du? Ich hab dir gar nix getan eben. Zack. Jetzt hab ich hier so'n Ding. Na gut. Jetzt ist der auch noch böse auf mich hier. Hallo. Hahaha. Das ist schlimm. Alle sind so böse auf mich. Warte mal. Ähm. So. Erstmal wieder die Bäumchen fällen und alles. Ah. Ja. So. Gab's hier nicht irgendwie da... Ach so, da geht's nur rüber. Bin auch wieder mal mit meiner Orientierung gar nicht da, wo ich hingehöre. Ja. 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 Ist gut, ist gut. Da hatten wir schon... Hier können wir noch. Ja. 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 Ich wollte den Baum da oben. Da komme ich ja gar nicht ran. Na egal. Okay. Da kommen wir hier nochmal. Wir brauchen auch mehr Gesundheit. Ich seh das wirklich, wie schnell das Grün da immer weg ist, ne? So. Aber na gut, wir kriegen das schon hin. So. Hier erst nochmal alles. Hallo! Ich hätte den Stein auch gerne. Nicht einfach da liegen. Klar. Das ist... Bleibt's einfach da liegen. Geht ja mal gar nicht. Nun, wir haben wieder ein Monolith gefunden. So. Und hier die Kokosnuss, die auf dem Boden wächst. Sehr interessanter Kokosnuss. Das irritiert mich immer noch mit Kokosnuss, die auf dem Boden wächst. Hm. Ich bin gespannt, wo hier eine Höhle sein wird. Also, wir hatten ja in dem einen Teil, was wir da jetzt in der dritten Seite gefunden haben, in dem Bericht, haben wir ja was von irgendeiner Höhle gelesen. Da bin ich auch schon mal gespannt, wo das alles dann sein wird. Wahrscheinlich in dem Gebiet, wo wir momentan noch nicht hin sollen. Äh, warte mal kurz. Was gräbst du da wieder? Komm, grab weiter. Ja. Ich hab nicht bemerkt, dass da ein Platz zu graben ist. Mal gucken, was du sonst rausholst. Ja. Ginseng. Der ist auch neu. Ja, cool. Ginseng gibt es dann hier. Mhm. Dann hol mal den nächsten Ginseng raus. Ach, was wären wir nur ohne Schnuffi, oder? Guck mal, die Glühwürmchen sind auch so schön. Das ist ein interessantes Gebilde hier. So ein Steinmonument, was wohl umgekippt ist. Ähm, keine Ahnung. Hier ist noch ein Baum. Da ist noch ein Ding. Na ja, gut, da ist auch ein Baum. Fangen wir mit dem Baum an. Äh, ja. Bitte das richtige Werkzeug benutzen, Mädels. Das ist ja sonst gar nichts wert hier. Und hau nicht dauernd auf den Käfer ein. Der soll leben. Der darf doch. So. Aha. Okay. Das ist, glaub ich, wieder Knurri. Genau. Knurri. Knurri. Ach, ja. So. Dü, 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 dü. Ähm. Dann hämmern wir einfach mal auf den Baum noch ein. Aua. Ja. Es gibt ja süß schmeckenden Saft. Hm. Oh Gott. Da kommt wieder so ein hm 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 hm. So. Jetzt aber. Oh, wir haben schon 0 Uhr. Ich glaub wir gehen heim. Haha. Es ist zu spät und zu gefährlich. Ich glaub nicht, dass ich den anderen vielleicht noch besiegt bekomme. Der macht mich eher nieder. Und dann bin ich ungeklopst. Das hilft niemandem was. So. Gute Nacht, Schnurri. Du siehst auch müde aus. Geh, leg dich hin und schlaf. Hahaha. Aber guck mal. Wie schnell man hier die Energie verliert, ne? Also, man muss wirklich baden gehen durch. Sonst geht das gar nicht. Klar. Das ist fürchterlich. Oh. Und wir haben wieder einen Patienten. Moment mal kurz. Ähm. Mhm. Einmal ein Schlückchen trinken. Und dann einmal einen Blick auf die Uhr. Äh. Ja. Gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das geht schon noch. Ah. Das klär ich, Bärchen. Dann wollen wir mal schauen, wer heute bei uns in der Klinik gelandet ist oder so. Ah. Erstmal hier. Schnuffi. Komm her. Lass dich krabbeln. Gut. Essen gibt's später. Essen gibt's später. Hm. Jetzt gucken wir erstmal, wer hier wieder liegt. Äh. Äh. Wen haben wir da? Oh. Helene. Ach. Jetzt hab ich grad was über dich gelesen gehabt. Hm. Was hast du denn? Im rechten Auge was? Und dann? Fehlt hier noch was an der rechten Schulter? Hm. Ei, 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 ei. Na gut. Dann lass uns erstmal nach dem Auge gucken. Ui. Da müssen wir eine Diagnose stellen. Normales Serum hab ich noch nicht. Und das ist natürlich wieder das Ding. Okay. Konzentrieren. Au. Puh. Glück gehabt. Wenn man sich da einmal verhackt und aus dem Takt raus ist, ist das echt nicht so einfach, da wieder reinzukommen. Okay. Wirbellösung brauchen wir hier. Und was brauchen wir da? Noch eine Diagnose. Jetzt hätte mich auch gewundert. Sind wir aber auch schon länger nicht mehr. Ah. Was ein Glück bin ich immer noch so weit dann wieder konzentriert, dass ich wieder reinkomme, ey. So. Alpha-Gebräu brauchen wir einmal. Und die Wirbellösung. Alles klar. Bin gleich wieder bei dir. Ah. Gleich gibt's Besserung. Also. Wirbellösung einfach nur voll, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hab. Du, 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 du. Ich find's aber einfach gut, wenn das hier immer angezeigt wird und man gar nicht sich merken muss eigentlich, was da gebraucht wird. So. Gegen eine Schwellung. Okay. Kühlt beim Auftragen auf der Haut an. Okay. Äh. Ich glaub, das haben wir auch noch nicht. Oh. Dreimal nur noch mal. Hatten wir das schon mal? Hm. Aber was hab ich da drauf gegeben? Das ist jetzt die Frage. Äh. Dürfen wir alles verwenden? Ja. Eigentlich schon. Hm. Na, mal gucken. Ähm. Ne. Das haben wir mit Sicherheit nicht da drauf. Boah, das ist schwer. Was hab ich denn da benutzt? Das ist der Grund, warum ich gern die Rezepte schon fertig mache, wenn ich die Sachen dafür habe, weil ich's mir sonst schlecht merken kann, was ich immer alles so benutzt hab. Hm. Bisschen dumm. Haut grade. Das könnte da... Ja. Na, mal gucken. Was haben wir denn da? Hm. 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 So, warte mal. Ich habe da gerade so eine Idee, so eine etwas Verrückte. Das da und... Ne, diese neu. Die kann ich nicht genommen haben. Aber gab es da nicht auch ein Pondor dazu? Oder bin ich gerade ein bisschen... Ich hatte doch sowas auch schon andersrum. Bin ich denn doof jetzt da? Ja, aber ne, das ist neu. Das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Oder da. Das ist falschrum. Hallala. Das wäre auch möglich, aber das... Warte mal. Nehmen wir mal den hier. Und gehen nochmal eins zurück. Und nehmen den da. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? So, dann haben wir da oben so ein Ding. Ich glaube, das hatte ich auch schon. Ah, wo ist es denn? Wo ist es denn? Tö, 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 tö. Okay, dann hätten wir aber nochmal... Guck, 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 guck. Wo ist das, was ich jetzt suche? Da könnte man nehmen. Dann nehmen wir mal das hier. Zack. 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 Und ähm... Lalalala. Wo ist das andere nächste Ding? Wo ist es denn da? Nehmen wir doch den so lang. So. Ich habe keine Ahnung, ob das das ist, was ich sonst auch gebraut habe, oder nicht. Ist mir jetzt aber auch wurscht. Haben Sie mal unser Gebräu. Ja, noch zweimal. Gucke da. Ach, ich könnte es jetzt noch zweimal machen, aber ich weiß nicht, oder? Andererseits, ob ich da nochmal draufkomme, was ich jetzt gemacht habe. Leute, guck, machen wir mal einmal so. Sonst vergesse ich das wieder. Ich vergesse das hundertprozentig wieder. War es das Ding hier? Dann hatten wir das Ding da. Ja, dann hatten wir das. Ah ja. Ich weiß, was ich da sonst noch unternehmen könnte. Warte mal, das hatten wir nochmal. Hier. Genau. Das da. Da. Genau. Und den Sachen habe ich Gott sei Dank noch. So, jetzt noch einmal, oder? Jep. Einmal noch. Machen wir. Platsch. Und, äh. Platsch. Platsch. Und, äh. Da hin und, äh. Da hin. So, dann haben wir das wenigstens schon mal als Rezept. Brauche ich mir da keinen Gedanken mehr machen. Finde ich immer gut. Und wir können auch wieder was verkaufen. So. Rezept freigeschaltet. Und das nächste. Und das nächste. Äh. Äh. Was suchen wir? Äh. 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 Ähm. Wir suchen noch irgendwas, oder? Hallo? Hä? Ich habe jetzt eine Sache gemacht, oder? Da habe ich. Äh. Entschuldigung. Nö. Es ist nichts mehr markiert, irgendwie. Äh. Äh. Okay. Dann müsste ich ja rein theoretisch alles gemacht haben. Sehen wir ja jetzt gleich. Wenn nicht, müssen wir noch mal rüber. Äh. So, Helena. Dann komm mal her, meine Süße. Lass mal gucken. Da haben wir die Wirbelsäule. Genau. Hab ich. Okay. Und dann haben wir hier. Ja, doch. Hatte ich ganz vergessen. Hab ich gar nicht mal im Kopf gehabt, dass ich beide gemacht hatte. Also, so kann's gehen, Leute. So ist das. Was erzählst du mir denn? Hm. Dass du zufrieden bist? Mensch. Du bist ein begnadetes Alchemie-Schenie. Nicht wahr? Ich fühle mich jetzt viel besser. Ja, das freut mich. Dankeschön. Und Geld hat es uns auch gut gegeben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das haben wir dann. Ähm. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ach ja. Und wir haben Samstag. Das heißt, der, 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 der Schmiedeladen hat eigentlich heute. Offen. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Ähm. Können wir hier mal wieder was reingeben? Oh ja. Hier. Davon können wir mal zwei. Äh. Ach so. Zwei reintun. Ah. Die können nicht gesteckt werden. Hm. Hiervon einen. Und davon auch noch einen. Dann haben wir von jedem auf jeden Fall einen übrig. Ja. Das geht doch so. Hier. Was müssen wir denn sonst noch machen? Ähm. Hier brauchen wir immer noch den würzig schmeckenden Saft. Äh. Ja. Das sollten wir doch auch mal hinkriegen, ne? Ah. Den haben wir noch nicht. Da müssen wir mit Maya sprechen. Hm. Dann brauchen wir, glaube ich, noch nicht hin. Und den Amboss verbessern. Das können wir machen. Wisst ihr was? Dann gucken wir doch gerade noch mal. Und jetzt aber mal woanders wieder. Im schimmernden Gebirge nach ähm. Würzig schmeckendem Saft. Das kriegen wir auch hier. Also insofern machen wir einfach mal hier ein paar Bäumchen platt. Und dann finden wir das Ding hoffentlich. Dann könnten wir vielleicht wirklich auch an Reinhard. den Kram abgeben. Na? Sauer. Bäh. Du warst sauer. Also du bist es nicht. Äh. Da ist es. Da-da-da. Ich habe nie merken kann, welcher Baum welcher ist. Ja. Bist du würzig? Süß. Ja. Ehrlich. Ähm. Na gut. Dann nehmen wir jetzt ein Blümchen mit. Wenn wir schon wieder zu. Ach, es nervt. Ehrlich. Moment, habe ich ja auch wieder wirklich ein Problem mit meinem Ohr. Ich darf nicht mal wieder durchfüllen. Hm. Hm. Du, wenn das eine Ohr immer zugeht, ist es einfach nur dämlich. Ich kann nichts mehr hören. Hm. Das hier noch. Und dann, ähm. Ja, ja. Hey. Ja. Schieß mal woanders hin. Danke. Okay? Okay. Du bist auch ein Baum, den ich nicht will eigentlich. Aber Gott, ja. Hä? Ähm. Ähm. Holte die Klappe. Ich will gerade nicht mit dir kämpfen, Mensch. Hund, Vogel, Maus. Mit euch auch nicht nie. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich suche einen bestimmten Baum. Eigentlich. Und mein Hund hat Hunger. Da können wir gleich mal gucken, ob wir gemerkt haben, dass er einen Tag davor was Gutes zu essen gekriegt hat. Ja, ich gucke gleich. Einen Augenblick. Lass mich gerade noch schnell die paar Blümchen hier pflücken. Und dann kümmere ich mich um deinen Hunger. So. Dann komm her. Schnudel. Äh. Hier. Was willst du denn essen? Hm. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Oh. Ich hab's nicht, weil es nicht da ist, oder? Ach, er zeigt's nicht an, weil ich kein zweites Fleisch habe. Ja. Weil ich wette, hätte ich jetzt ein zweites Fleisch, würde man sehen, dass er das vielleicht besonders gemocht hat. Hm. Ich hab eh nicht mehr viel in meinem... Ah. Ich wollte gerade sagen. Wo ist denn der ganze Rest hin? Ähm. Komm, dann kriegst du ein Mais. Besser als nix, ne? So. Lecker, lecker. Ähm. Hm. Hm. So, hier haben wir noch mal ein paar, äh, sauer schmeckende. Ich muss mir das echt mal merken, wo dieses, äh, würzig schmeckende wieder stecken, ey. Welche Bäume das jetzt wieder sind im Einzelnen? Oh, aufgöttliche Manieren kann mir doch immer nix merken. Was ist es doch das? Ja, komm. Hopp. Au, ah. Sehr schön. Leg mir das auch noch. Dankeschön. Wir haben einen Trüffel gefunden. Der Baum ist eh der falsche. Äh. Ich müsste mal kurz gucken. Ja, ja, ja. Können wir hier noch was graben? Also du im Speziellen nix zum Graben da? Okay. Nix zum Graben da. Naja. Komm, geh weg, du. Na, auf mich immer zu werfen. Au, ah, ich renne auch noch voll rein. Das ist ja wieder typisch. Na, es ist ja wieder typisch. Ah, ich glaube, vielleicht habe ich hier nochmal Glück. Da ist nochmal so ein Baum. Bitte lass es doch den würzig schmeckenden Saft sein. Nini, 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 nini. Na, ja. Süß schmeckt. Ah, ich kriege die Krise. Okay. Gut. Ich würde sagen, ich, äh, stelle mich mal kurz hier hin. Ich glaube, die Zeit ist auch um. Das würde heißen, wir machen dann jetzt erstmal Schluss. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott. Die Zeit komplett vergessen. Egal. Gut, dann machen wir jetzt hier erstmal Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part. Und wie das hier weitergeht, das sehen wir dann im nächsten. Also, bis dahin. Macht es gut. Tschüss.